Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen an Bord von AIDA NOVA. Für die, die mich noch nicht kennen oder die mich ohne Uniform nicht gleich erkannt haben, mein Name ist Boris Becker und ich bin der Kapitän unseres neuesten Flottenzuwachses. Kapitän in Anführungsstrichen, denn das Schiff ist ja noch nicht ganz fertig und noch nicht ganz bereit loszufahren. Aber es ist so, dass wir jetzt natürlich schon in Papenburg hier auf der Meierwerft mit einem Team vor Ort sind und den Bau des Schiffes begleiten und ich möchte sie heute und die nächsten Wochen ein bisschen mit über das Schiff nehmen und ihnen zeigen, auf was sie sich freuen können. Ich stehe hier gerade im Beach Club der AIDA NOVA und die von ihnen, die den Beach Club von AIDA Prima und AIDA Perla schon kennen, die werden sehen, es sieht ein kleines bisschen anders aus. So haben wir zum Beispiel hier eine Brücke, die über den Beach Club geht und wir haben viele Ideen von unseren anderen Schiffen hier weitergedacht und natürlich etwas größer eingebaut. Aber es gibt auch viele neue Dinge, die es hier zu entdecken gibt. Lassen Sie sich überraschen!